Bottle of Waters und dann können wir hier auch schon wieder Greater Healing Potions machen, so 30 Stück, so okay, achso das passt ja perfekt hier und noch eine geht, so und mehr haben wir leider nicht, der Pixie Dusk ist ausverkauft und auch unsere Crystal Shards gehen langsam der Neige entgegen. Das heißt, wir müssen mal mehr Pixie Dusk farmen, so in der Zeit, so und jetzt können wir aber hier mal wieder alles reinlegen, was wir nicht mehr brauchen, zum Beispiel die Pilze brauchen wir nicht mehr, die Goldfische brauchen wir erstmal nicht mehr, was brauchen wir noch nicht, die Max, ne die Crystal Shards brauche ich erstmal nicht mehr, so und die Max, die kommt da mit rein, wo wir unsere Tränkekiste haben, Hier zum Beispiel kommen auch unsere schönen Wasserbehälter rein, zack, und die Max natürlich, zack, alles was gläsermäßig ist, kommt da rein, wobei da können wir auch Glas hier rein tun, das müssen wir ja dann nicht unten haben, Wobei Glas, ne okay, Glas ist wieder das andere, da oben lassen wir mal nur Behälter drin sein, Glas, Behälter, Gläser, und hier unten dann das richtige Glas, so, und das Holz kommt wieder rein, so, und das Eisen, das können wir auch wieder schön verstauen, Und zwar hier drin, Eisen und Silber, so, haben wir im Prinzip auch wieder genug hier, und die Heilpotions, die denke ich mal, kann man doch verkaufen, oder? Kann man die verkaufen, oder braucht man die nochmal, die normalen Healing Potions? Ich weiß es jetzt gar nicht, ich tue sie aber einfach mal raus, so, Healing Potions, die auch, so, da haben wir die alle da drin, und hier tun wir jetzt mal die Greater Healing Potions hin, Dass wir immer schön diese nutzen, so, an der Tresor kommt mal ein bisschen weiter vor, er kommt vielleicht mit hier unten hin, der Tresor, so, an diese Stelle, So, ja, dann wären wir eigentlich auch schon bereit, mit Bier und Suppe in der Hand, und, ach ja, wir wollten ja noch was craften, glaube ich, das habe ich jetzt fast vergessen, diese eine Potion, Da gab es noch eine, wir wollten uns ja gut vorbereiten, ein Bottle of Water Guide, zeig mir nochmal, ach, jetzt geht der Mond schon fast wieder unter, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir schon wieder Nacht haben, Hm, so, Bottle of Water, zeig mir mal, was man hier noch draus machen kann, vielleicht finden wir noch was, Obsidian Skin Potion brauchen wir nicht, Regeneration Potion provides Life Regeneration, das können wir noch machen, Movements mit Braith Water, ne, Increased Defense bei 8, die Iron Skin Potion, die können wir uns auch noch machen, Increased Mana Regeneration, 20% Damage, ja, die wollten wir uns auch noch machen, Emits an Hour of Light, Night Vision, increases Enemy Spawn Rate, Attackers also take Damage, ja, die kann man sich ja vielleicht auch machen, Shows the Location of Annie, it lost the control of gravity, ja, die haben wir ja sowieso dabei, Gut, dann machen wir uns mal auf jeden Fall noch die Iron Skin Potion, wo haben wir denn die, und die hier, die Regeneration Potion, da brauchen wir Sonnenblumen, Pilze, und für die andere brauchen wir Sonnenblumen und Eisen, okay, also Sonnenblumen, Pilze und Eisen holen wir uns mal eben, Na, Sonnenblumen, Pilze und Eisen, das dürften wir doch alles haben, da Day Blooms, dann Pilze, 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 da mit Pilze, und Eisen, normales Eisen, haben wir da noch was? Ach, sag jetzt nicht, dass ich schon wieder alles Eisen verballert habe, geht da auch solches Eisen? Ich glaube nicht, dass solches Eisen da geht, geht nur Iron Ore, Ne, wir können uns gerade mal diese Regeneration Potion herstellen, Hm, da machen wir uns mal fünf Stück von, ja, aber vielleicht haben wir auch noch ein paar Potions hier zu Hause, wo ich jetzt gar nicht geguckt habe, gucken wir nochmal rein, hier, Swiftness Potion, Guilds Potion, Waterwork, Thorns Potion, die haben wir ja auch dabei, die können wir ja auch mal schlucken, Äh, 20% Increased Grants Ability, äh, du hast die Ability to Walk on Water, ne, Gravitation Potion haben wir, äh, die Iron Skin fehlt noch, aber da brauchen wir etwas Eisen wieder, verdammt, Hey, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal Eisen brauchen, so, Spelunkern wir nochmal eine Runde, zack, und stehlen uns das Eisen überall raus, ich glaube, das da dürfte Eisen sein, für eine Iron Skin Potion, was tut man nicht alles, für eine Iron Skin Potion, So, und wir müssen uns richtig vorbereiten für die Hölle, äh, was heißt die Hölle, ja, man kann es auch die Hölle nennen, natürlich die ganzen Gegner, die uns erwarten, so, was haben wir denn da noch, oh, 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 da ist aber auch ganz schön viel los, So, och, dann nehmen wir das mal, wenn es da schon liegt, wisst ihr was, wir müssen ja jetzt nicht der Stress machen und rumgeizen, so, hier den ganzen Kobalt noch mitnehmen, so weit an der Oberfläche Kobalt, ich dachte immer, das wäre in tieferen Regionen, aber okay, man lernt halt nie aus, man findet auch Kobalt irgendwo im Nirvana, so, das hätte jetzt Edimentite sein müssen, das wäre bestimmt noch lustiger gewesen, hier in der Oberfläche Edimentite, so, da haben wir noch Eisen, sollte Eisen sein, setzen wir mal eine Fackel hin, so, und gehen dann hier hoch, und schnappen uns auch noch das letzte Stückchen Eisen, was heißt, das letzte Stückchen, zumindest das, was wir hier finden, so, da ist auch noch ein bisschen Eisen drin versteckt, das können wir uns auch holen, so, gut, für eine Ironskin Potion tut man doch alles, nicht wahr, da geht man sogar noch tiefer in die Hölle, das heißt in die Hölle, in den Untergrund, in die Höhle, nicht die Hölle, mag man leicht verwechseln, das dürfte Silber sein, so, das da oben müsste noch Eisen sein, bauen wir mal ein bisschen Sand wieder ab, kann man ja, oh, Moment mal, Sand können wir doch eigentlich auch gebrauchen, oder, wenn wir schon mal hier sind, wegen den ganzen Gläsergeschichten, so, dass wir eigentlich immer genug Sand bei uns haben, so, dann wird das auch gegessen, und dann gehen wir jetzt mal hier schön hoch, schön fleißig, ach, guck mal einer an, was man hier nicht alles findet, na, ich hab keine Fackeln mehr, oder was, das ist ja blöd, so, da haben wir noch mehr Eisen, wer hätte es gedacht, so, ach, sind wir auch noch runtergefallen, so, keine Fackeln mehr, das gibt es da nicht, das ist doch, das ist doch eine Verschwörung, ach, wer läuft denn hier rum, wieder so eine Possessed Armor, na, komm her, du da hinten auch noch, hast du das bitte nötig, glaube ich, so, und wir sind schon wieder hier im Pixie-Gebiet, oder, kann das sein, naja, egal, das reicht ja erstmal jetzt an Eisen, so, daraus können wir uns jetzt unsere Iron Skin Potion machen, da haben wir sie, machen wir uns mal zehn Stück von, so, wir müssen ja mit nix geizen an der Stelle, und dann gehen wir mal nach unten, und legen wieder die Zutaten ab, unter anderem, so hier, die Day Blooms kommen rein, die Pilze kommen rein, können wir noch was quick stacken, nein, hier oben haben wir aber was zum stacken, da, ein bisschen Kobalt Ohr, gut, und hier kommt natürlich wieder der ganze Rest rein, vom Schützenfest, also der ganze Dirt, der Sand kann auch da rein, Stone Blocks, ja, Stone Blocks, die hatten wir jetzt hier drin, glaube ich, jawohl, so, gut, was nehmen wir denn dann alles für Potions, das ist jetzt eine Frage, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Thorns Potion, das tun wir alles mal hier unten auf rein, dann die Iron Skin Potion nehmen wir, dann nehmen wir noch die Regeneration Potion, das Mechanical Eye kommt jetzt mal mit hier her, Iron Bar, wo habe ich denn das jetzt her, ach so, das hatte ich ja vorhin mitgenommen, das tun wir mal wieder rein, die Spelunker Potion brauchen wir nicht, aber das Eisen Ohr, tue ich mal hier mit rein, zack, so, und dann nehmen wir natürlich noch die Sachen da, die Suppe und das, und die Gravitation Potion könnte man eigentlich auch nehmen, wenn wir das dann reihweg nacheinander nehmen, sollten wir doch eigentlich gut gewappnet sein, wir haben die großen Heil Potions, ich weiß gar nicht, ob es noch andere davon gibt jetzt, gibt es davon noch was anderes, kann man mal da gucken, hier vielleicht in den Shops, vielleicht beim Zauberer da oben, Zauberer, na, ich will doch nur da hoch, so, jetzt hier habe ich meinen ständigen Kopf gestoßen, Crystal Ball, can be placed, das kann man sich daraus eigentlich machen, das ist bestimmt auch interessant, ich glaube, den sollten wir uns mal kaufen, zack, so, so, Musik hatten wir, Spellthome, Zauberbuch, Ice Rod, Greater Mana Potion, ja, und die Harfe, die brauchen wir natürlich auch später, aus der können wir dann die Magical Harp machen, aber dazu brauchen wir eben die Soul of Sights, von den Twins, was wir uns als nächstes holen gehen, so, und wir tun die, die Kugel einfach mal hier oben auf den Tisch stellen, so, hier kann sie ja stehen, und dann kann man die benutzen, was macht die? Ach, die füllt bestimmt hier Mana auf, oder sowas, habe ich das Gefühl, ach ne, hier, 10 Minuten, Magic Powers are increased, ah, okay, 52 Damage, hat es vorhin auch schon 52 gemacht, ich weiß es gar nicht, Mystical Demon Side, Mystical Water Bolt, ja, damit sollten wir doch eigentlich gut gewappnet sein, 10 Minuten, seht ihr mal, ist das increased, das heißt also, daraus kann man gut was machen, so, ach so, wisst ihr, was ich nochmal mache, ich werde auch nochmal diese, diese Bottles, wir haben da oben noch Bottles drin, die habe ich jetzt ganz übersehen, die tun wir natürlich auch noch abstellen, die kommen mit hier rein, so, ja, und dann werden wir doch eigentlich gut vorbereitet, wobei, die Gravitation Potion, die tue ich mal hier mit hin, da bin ich am überlegen, die nicht sofort einzusetzen, weil die brauchen wir garantiert nicht so schnell, bei den Twins zumindest nicht, beim Destroyer denke ich mir eher, aber schauen wir einfach mal, was uns da erwarten wird, so, und Edimentide brauchen wir auch noch, und der Guide ist ja wieder da, bevor es Nacht wird, sage ich mal, wollen wir ja noch ein bisschen Action haben, gehen wir einfach nochmal nach unten, und besiegen noch einmal, die Wall of Flash, vielleicht mag sie ja jetzt auch hier, unser Warrior Emblem droppen, man weiß es ja nicht, wir könnten ja Glück haben, mit ein wenig Glück, probieren wir es mal, ob wir da das Warrior Emblem jetzt rauskriegen, boah, jetzt fällt es aber wieder stockdunkel, ja, weil wir haben ja wieder, ach, da fallen noch die Fackeln, ihr seht's, da fallen die Fackeln, weil wir haben ja vorhin auch etwas Wasser hier runtergeschmissen, aus Versehen, etwas Wasser freigelassen, und natürlich, wo das Wasser langfällt, da fallen die Fackeln natürlich ab, wie Sägespäne, so, aber wir haben, oh, hier liegen sie ja alle, da liegen ja die 18 Fackeln, Fire Blossom liegen auch da, okay, was haben wir hier, ach, Deathweed, hier unten in der Hölle wächst also Deathweed, gut zu wissen, das wussten wir ja eigentlich auch schon, aber man vergisst es wieder ab und zu mal, so, nee, das war nix, keine Fire Blossom, wie es aussieht, sondern bin ich mal gespannt, wie schnell wir die Wall jetzt besiegen, Increased Magic Damage, aha, mit dem Crystal Kugel, naja, aber ich denke mal, es wird sich nicht um viel erhöht haben, der Schaden da, der entsteht, boah, wie viel war, mal wir hier schon die Wall of Flash besiegt haben, das ist auch nicht mehr feierlich, guckt euch das mal an, überall hier, stehen die Überbleibsel, die Überbleibsel Kisten, ach, Bone Serpent, kommt auch Hallo sagen, so, der kommt gleich wieder, keine Sorge, ach, da hat er schon den Weg verfehlt, na, Bone Serpent, magst du nicht hier uns angreifen, oder wie, na doch, jetzt kommt er leicht hoch, ah, nee, der dreht wieder nach unten ab, hat doch ein bisschen Schiss, der Gute, jetzt kommt er, zack, jetzt hat er aber alles erledigt hier, so, ja, und jemand hatte mir auch in den Kommentaren geschrieben, da war ich ein bisschen verdutzt, sag mal, dass ihn mein Zack nervt, was ich so oft sage, nervt euch das auch echt, dann, also wenn es euch alle nervt, dann werde ich wirklich damit aufhören müssen, aber normalerweise finde ich ja, soll man so kommentieren, wie man kommentiert einfach, und sich nicht irgendwie versuchen zu verstellen, also so empfinde ich das nun mal, so, probieren wir es mal mit der Waffe hier, mit dem Demon's Height, wie schnell wir da die Wall hier erledigt kriegen, so, okay, naja, es wird schon, es wird schon, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt schneller wird, die Wall zu besiegen so, aber, man besiegt sie doch schon, ganz gut, hier, wenn man so direkt vor ihr herfliegt, wahrscheinlich am besten, oder so halb in ihr drin, na, zack, so schnell, ach, jetzt habe ich schon wieder zack gesagt, könnt ihr mal sehen, das Sorcerer Emblem haben wir wieder bekommen, okay, also mit dem Demon's Height geht das schon richtig gut ab, man muss halt nur schnell sein, na, und es die Dinger halt möglichst in der Wall erscheinen lassen, dann kriegt man die richtig schnell down, okay, das Sorcerer Emblem, 15% increased magical damage, wobei ich überlege, Logan the Guide has arrived, ach, hätten wir doch gar nicht hochgehen müssen, hätten wir gleich nochmal die Wall besiegen können, das Sorcerer Emblem, ich überlege gerade, ob wir nicht das auch anziehen sollten, wenn wir gegen die Wall uns aufmachen, Angry Ranger Emblem, Menacing Ranger, ne, wir haben bloß das Ranger Emblem bisher, plus 3% Damage, und das Sorcerer Emblem noch nicht, ich würde sagen, das reforgen wir mal, das kann ja nicht allzu teuer sein, oder, das Sorcerer Emblem zu reforgen, gucken wir mal, 10 Gold, ja okay, Intrepid, Guarding, Wild, Quick, ach so, und schon haben wir kein Geld mehr, ach, wir haben doch hier unser Sparschwein, meine Güte, habe ich wieder gar nicht dran gedacht, so, nehmen mal hier alles mit, was wir haben, und dann reforgen wir mal das Sorcerer Emblem, so, 14 Gold, Hard, Intrepid, Brisk, Angry, Wild, Jacked, Hard, Menacing, Da haben wir es, das Menacing Sorcerer Emblem, okay, und das Gold und Geld, was wir haben, das tun wir wieder in unsere Piggy Bank rein, 3 Platinum Münzen, 54 Gold Münzen, so, und was können wir jetzt lassen, Allow's Holder to Double Jump, so, hm, ob wir das rausnehmen, Grant Immunity to Knockback, 2 Defense, das ist eigentlich gut, Menacing Cloud in the Balloon, ja, das ist jetzt Doppel Jump, Increased Melee Speed, ähm, increased Mana Damage, hm, Menacing Angel Wings, ich würde sagen, die Cloud in the Balloon, könnte man vielleicht mal rausnehmen, so, und da fliegen wir halt nur, so, das dürfte ja erstmal reichen, und 15%, so, Mystical Demon Sight macht 50 Schaden, und jetzt, macht es, 58 Damage, das ist schon mal einiges mehr, wenn wir eh nur mit, äh, Dingens unterwegs sind, mit, äh, Magie Schaden, dann würde ich sagen, können wir das doch so lassen, so, und ich würde sagen, wir sind bereit für die Twins, oder, wie schaut's aus, Leute, was sagt ihr dazu, wir sind bestimmt bereit für die Twins, ich tue hier nochmal was Quickstacken, da geht nix, da geht was, so, dann gehe ich mal hier nach links rüber, ich würde sagen, die tun wir uns auch, in der Nähe der Arena, beschwören dann, ach, den Pornhammer haben wir ja noch, bekommen, so, 19 Fackeln, können wir mal, raustun, the Blood Moon, ach, Blood Moon is rising, das auch noch, ja, wisst ihr was, dann disponieren wir um, dann tun wir halt, ja, unsere Hütten verstauen, hier sag ich mal, und machen unseren Geld Trick, da unten wieder mal, so, wo haben wir, immer wenn ich was brauche, zum Platzieren, haben wir nix, Stone Blocks, da, 5, so, jetzt kommen mir natürlich, die ganzen Gegner rein, das ist nicht schön, wer ist denn das da, das ist ein Clown, Clown, okay, wer ist das denn, den habe ich ja noch nie gesehen, okay, ein Clown also, ach, hier sind wieder so kleine, Eye of Cthulhu's, kommt mal rein, Leute, kommt mal rein, hier wollen wir, gern zumachen, zack, hier möchte ich auch gern zumachen, so, ja, ist gut hier, hier oben ist natürlich auch überall auf, aber das stört jetzt weniger, gut, dann machen wir mal hier unsere Trickmaschine an, zack, und da seht ihr schon, Nathauers Lane, unsere Trickmaschine funktioniert, jetzt geht es hier richtig ab, dann machen wir uns mal, aus der, wieder ein bisschen Geld, wobei, was heißt Trickmaschine, ich sehe das ja nicht mal als Trickmaschine an, ja doch, es ist ein Trick, aber das ist jetzt kein Beschiss, würde ich sagen, man macht sich ja nur, den Nutzen der Statuen zunutze, und von dem her ist das vielleicht ganz praktisch, lalalalala, und wir tun hier ordentlich mit dem Demon Side rumfletschen, ja, bei Blood Moon hat man ja nicht alle Tage, da sollte man das schon nutzen, so, ach ey, es geht ja ab hier, Party, Party, Fische und Hasen, Fische und Hasen, die machen wir alle platt, Party, 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 so, da kriegen wir auf jeden Fall auch wieder einiges an Gold raus, schätze ich mal, und ich bin heute schon den ganzen Tag an Terraria Aufnahmen machen hier, das gibt genug Folgen für euch, das kann man euch versprechen sozusagen schon, und wir brauchen hier auch keine Mana Potions, wie ihr seht, weil die Viecher natürlich immer wieder Mana Sterne fallen lassen, und unser Mana ist somit stetig regeneriert, auf volle Kanne, so, machen wir hier mal ein bisschen Action, ah, Blood Moon, das könnte eine Weile dauern, so, vielleicht könnte man auch den Mystical Waterbolt einsetzen, sollte man vielleicht mal probieren, oder, ich weiß es gar nicht, hm, ne, ich glaube das Demon's Hight ist ganz gut, jetzt habe ich es in der Hand, bevor ich jetzt hier wieder Waffe wechsle und Co., ne, fast 35.000 Copper Coins haben wir schon eingesammelt, wie ihr da seht, 36.000, 37.000, das steigt natürlich echt wahnsinnig schnell hier, so, oh, da tut einem schon der Finger weh vom Klicken, ich muss mal meine Hand hier, ich halte meine Hand senkrecht über der Maus, um schnell zu klicken, und um schnell hier neue Magie-Schaden rauszuhauen, das ist echt unglaublich, so, der Blood Moon ist zur Hälfte vergangen, wir machen hier wieder ein bisschen Trickkiste, wie ihr seht, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr, so, und bei 49.000 Kupfermünzen sind wir angelangt, 50.000, 5.000 Silber Coins, 50.000 Kupfer, ja, da könnt ihr euch umrechnen, wie viel Gold das jetzt schon ist, und da hinten liegt ja auch noch Gold, so ist es ja nicht, also im Raum drin, so, boah, das ist hier doch schon wieder ein bisschen laut, das ganze Gezauber, so, ach ja, wäre es schön, wenn man den Destroyer zum Beispiel in einen Raum stecken könnte, dann könnte man sich einfach so einen Schlitz da durchmachen, wie hier, und den von außen abschießen, aber ich glaube, da würde man den ja dann selbst nackt schaffen, ohne Ausrüstung, und das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, also die Hardmode-Bosse, die sollen schon schwer sein, aber, ja, irgendwann, kommt man auf keine Ideen mehr, wie man sie besiegen kann, aber ich habe ja da noch ein paar Sachen in petto auf Idee übrig, da schauen wir mal, ob wir das schaffen, boah, und hier wird der Finger taub langsam, ey, das geht gar nicht, was schätzt ihr denn, wie viel Platin und Gold kriegen wir denn davon, guck mal, wir haben jetzt schon 75.000 Kupfermünzen gesammelt, das sind ja umgerechnet 750 Gold, das müssen ja schon 7 Platin-Münzen sein, oder? Allein das Kupfer, und dann haben wir auch noch 7.000 Silber, das müssten ja auch 77 Gold sein, oder? Ne, 7.000? Ne, Quatsch. Das stimmt nicht, was ich erzählt habe, 80.000 Kupfermünzen, beteiligt durch 100, das müssten 840 Silber sein, ja, das müssten dann 8 Gold sein ungefähr, ja, das ist nicht ganz so rentabel, wie zum Beispiel jetzt, ähm, diese Musikbox-Trickgeschichte, das geht natürlich schneller, aber ich will es euch hier einfach nochmal zeigen, den kleinen Trickraum, womit man schnell sein Geld machen kann, und draußen, die Monster, die klopfen sich schon den Ast ab, aber was war denn der Clown? Habt ihr den Clown gesehen? Der war ja lustig, den habe ich noch nie gesehen, hm, so, ah, kommt schon, die haben natürlich auch alle 100 Energie hier, die sind natürlich auch umso stärker, in der Corrupted-Version, und wenn es dann wieder tagt wird, dann werden sie wieder zu normalen Viechern, und sie werden schwächer, und sind viel schneller besiegt, die aktivieren natürlich ständig die Schalter hier, deswegen, ich frage mich, wie viele hier gerade drin sind, und dann,